Was geht ab wie YouTube? Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab wie YouTube? Heute lasse ich Crafty-Teilnehmer durch einen IQ und je weniger Zeit sie brauchen, desto schlauer sind sie. Bis zum Ende. Schauen, kommentieren, 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 liken. So, wir haben jetzt hier Plattformen gemacht und eine Plattform ist ein Raum und oben Blöcke, Schlange, du verstehst Lava. Ihr werdet sehen, was ich hier hinbaue. Wisst ihr, was für einen Raum ich hier machen will? Stellt euch vor, hier ist Lava-See, aber hier ist kein Weg, aber oben ist so Weg eingezeichnet, wie man gehen muss. Und die müssen halt erst darauf kommen, dass die oben schauen. Dann gehen die so lang, versteht ihr? Das ist ein bisschen obvious, oder? Kann ich überhaupt unsichtbare Blöcke in Survival machen? Das geht gar nicht, oder? Das geht nur in Creative. Wie soll ich hier rüber? Was soll ich jetzt machen? Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Damit hat keiner gerechnet. Digga. Schon wieder alles verloren, außer Netherite, Digga. Ich hab schon wieder keine Lytra. Du verkackst deinen eigenen IQ-Test. Als wolle. Dann geht man hier durch. Und dann mit Leiter hoch. Easy, Digga. Und dann hier weiter. Nächster Raum. Zwei Druckplatten für Tür mit Bogen und Holz. Wisst ihr, was ich jetzt machen will, Jungs? Ein System, wo es zwei Druckplatten gibt. Und wenn man auf beide drauf ist, dann geht ne Tür auf. Und die bleibt dann auch auf. Wir sind jetzt fertig mit der Druckplatte, wenn man hier was macht. Und ja, da, dann gibt die Tür auf. Und das sollen die herausfinden, wisst ihr? Boom. Hochkommen-Game mit Schlautrick. Das wird ein Prank-Room. Die Aufgabe würde es sein, hier hochzukommen und dann irgendwie raus. Aber die Tür ist die ganze Zeit hier. Wisst ihr, was ich meine? Finde den Weg nach oben. Und ich teste damit, ob sie Leuten vertrauen. Dann schwitzen die, weil die Zeitdruck haben, um hochzukommen. Aber unten ist der Eingang. Vertrauen niemandem. Und dann geht's so weiter. Und hier ist Quiz. Wie viele Einwohner hat Deutschland? 80-Mil-Hauptstadt. Brasil. Rio. Es ist nicht Rio. Wie ist es nicht Rio? Brasilia? Was ist denn Brasilia? Hat ich ja noch nie gehört. Letzte Frage. 3 plus 3 mal 5. 18, ja. So, das sind die Fragen. Wenn die dem Raum dann angekommen sind, dann bin ich Quizmaster, wisst ihr? So, hier hab ich ApoRed geschrieben. Und ApoRed heißt ja ApoRed. Red, Rot, Rot, Richtig. Wir machen jetzt Speedtest, wie lange ich brauchen würde dafür. Go. Ja, ja, okay. Hier, Abfahrt. Hier durch. Hier hoch. Zack. Hier, zack. Zack. Abfahrt. Finde den Weg nach oben. Okay, es geht hoch. Ah, höh, es geht nicht hoch. Vertraue niemandem. Alter, er hat recht. Bla, 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 bla. Weiter. ApoRed, Rot, Abfahrt. Zack. Ja, wir brauchen noch einen, oder? Einen noch, aber was? Oh mein Gott. Ich habe eine gute Idee. Der Klügere gibt nach. Und was ich damit meine, seht ihr dann, wenn es soweit ist. Darf ich dir was zeigen? Ja. Okay. Nee. Musst du weiterbauen? Spinnst du? Ja, ich muss weiterbauen. Wir müssen heute fertig werden. Bist du, mach deine Arbeit weiter, wenn ich deine Minuten stehle? Okay. Hast du dich schon immer gefragt, wer der dümmste Crafted-Teilnehmer ist? Ja. Bestimmt, Maya. Ja. Wenn ich ehrlich bin, nein. Nee, hab ich mich noch nicht gefragt. Ja. Nee. Ja. Ja, und zwar du. Nee. Ich weiß es. Wer denn? Du musst so schnell es geht den Parcours absolvieren. Ich stoppe die Zeit. Wenn du von dieser Tür hier raus bist, ist der Timer weg. Du musst durch die Räume halt einfach. Nein, 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 nein. Das soll so schnell wie möglich gehen. Ja, aber ich muss die Zeit stoppen. Zeit stoppen? Ja, aber ich will mir doch die Zeit nehmen. Ich will doch gucken, was du da genau gebaut hast. Würdest du sagen, du hast dir viel Mühe gegeben? Für die Idee habe ich viel Mühe gegeben. Weil das ist ja schon so ein Cobblestone-Kasten. Außen-Design ist egal. Es geht um die inneren Werte, Hugo. Du hast diese Rätselräume auch gemacht, ja? Ja. Ich muss mich also in den Kopf eines psychopathischen V8-Motors versetzen. Vielleicht. Mach dich startbereit. Es geht los. Drei, zwei, eins, go. Darf ich auch rüberfliegen? Nein. Sieh nicht um. Ich schaue doch. Hier ist doch nichts. Ja, du hast nicht den ganzen Raum geschaut. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll da oben. Überleg. Ich hätte jetzt gedacht, dass da oben ist vielleicht der Pfad, den ich laufen kann. In der Decke ist auf jeden Fall irgendwie was gemalt. Aber warum? Da sind zwei Magma-Blöcke. Was sollen die da? Ey. Du Hure-Zau. Hier oben in der Decke haben wir halt so ein Muster. Ich würde aber ganz gerne wissen, was die Magma-Blöcke eigentlich sind. Es hat die Frage, entweder kann man genau dort lang laufen, wo sozusagen Clean Zone ist. Oder auf den Magma-Blöcken kann man laufen. Denk dran, die Zeit läuft. Ja, Hugo, ey, ich bin so nervös gerade. Vielleicht gehen wir unter die. Ich glaube aber, das könnte auch nur Ablenkung sein. Ich meine, ich könnte auch einfach direkt rüber. Ja, keine Ahnung. Soll ich dir einen Tipp geben? Gebe mir einen Tipp. Nee, nee. Ich mache das nicht. Ich kann dabei sterben. Ich habe da keinen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich mir ja wenigstens sagen können, dass ich die Rüstung hätte anziehen müssen. Oder es könnte halt auch sein, dass Hubble Stone den Weg beschreibt. Die Zeit tickt. Hugo, es ist mir so egal, wie die Zeit tickt. Was soll ich machen? Oh mein Gott. Magma-Block. Er ist der Erste, der es benutzt. Er ist der Erste, der es benutzt. Gut gemacht, jo. Die Sache ist, ich will ja auch einfach so rüber schwimmen können mit meiner Rüstung. Mach, was du willst. Es geht auch. Ah, fuck. Oh, alles gut, du bist nicht tot. Also, das ist die schnellste Methode, aber es ist die lowste Methode, oder? Ja. Okay. Gut gemacht. Also, wenn du das hättest machen, hättest du sagen können, du musst deine Rüstung anziehen. Also, man stirbt doch nicht mal. Das mache ich halt mit Elytra nicht. Das ist halt Quatsch. Wichtig schön, das. Hä? Zwei Druckplatten, was könnte das bedeuten? Achso, man darf die Items auch neben dir sind, ne? Ja, ja. Nein, das hat nichts damit zu tun. Zwei Pressureplates, aber ich darf die nicht abbauen, ne? Nee. Du darfst nichts abbauen. Oh. Darf ich das nicht abbauen? Du darfst nichts abbauen, nein. Das hat nichts damit zu tun, was das ist. Schau dich mal um im Raum. Du kannst die Masse bauen. Nein. Gib mir mal einen Schneeblock. Warum? Guck. Ja. Ach, das ist eine Druckplatte. Ja. Richtig. 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 Doch. Nee, nee, wir müssen Items da drauflegen. Nimm mal einen Block. Ja. Gut gemacht. Ah, ich verstehe. Macher, kein Lacher. Der rascht hier durch, ich schwöre. Ja. Ah, guck mal, das wusste ich nicht. Krass, krass. Lass, lass doch. Junge, wohnt es. Alter, bitte den Weg nach oben. Vertraue niemandem. Finde den Weg nach oben. Verarscht. Vertraue niemandem. Wir dürfen hier nichts ab. Vertraue niemandem. Vertraue niemandem. Finde den Weg nach oben. Vertraue niemandem. Okay. Vertraue niemandem, Dicker. Du hast den Weg nach oben. Wozu muss ich den Weg nach oben finden, wenn ich einfach da weitergehen kann? Finde den Weg nach oben. Vertraue niemandem. Chris, lass dich hin. Nein. Oh, nein. Sie ist intelligent, er zieht, darf weiter. Nennen wir die Hauptstadt von Brasilien. Sao Paulo. Nein. Rio. Nein. San Paolo. Was? Nein. Rio de Janeiro. Nein. Rio? Nein. Oh, Mann. Brasil. Lia, richtig. Brasilia. Was weiß ich nicht. Brasilia. Richtig. Brasilia. 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 Ja. Brasilia. Brasilia. Brasilia, richtig. Weiß ich nicht. Brasili. Brasili. Sag mal das ABC auf. Brasili. A, B, C. Rio de Janeiro. Nein. Sao Paulo. Nein. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Bra. Auch Brasilien oder Brasilia. Brasilia, richtig. Wie viel Einwohner hat Deutschland? 14. Nein. Ist das ein echtes Quiz, oder was? Ja. Ich würde 80 Millionen. 83 Millionen. 82 Millionen. 80 Millionen ungefähr. 80 Millionen. 83 Millionen. 80,5 Millionen. Äh, 83 Millionen. Roundabout 80 Millionen. Ungefähr, ja, pipopo. Irgendwas mit 8 Milliarden. Richtig. 3 plus 3 mal 5. 18. 18. 18. 45. Falsch. Ah, 18. Richtig. 3 mal 15, 15 plus 3, 16, 17, 18. 15 plus 3, 18. 18. 3 plus 3 mal 5, 18. Nacheinander, oder ist das ein Term? Keine Ahnung, was Terme sind. Ah, 18. Richtig. 3 plus 3 sind, äh, du willst wieder Punkt vor Strich, ne? Also 15, 18. Richtig. Weiter geht's. Lest die Schilder. Apo Red. Apo Red. Fuck. Ich weiß nicht weiter. Da steht Apo Red. Okay. Aber das kann halt auch eine Falle sein, ne? Was könnte Apo Red bedeuten? Das weiß ich eigentlich gar nicht. Der wichtigste Hase oder der richtige Hase oder so. Gold? Gold war falsch scheinbar. Wir müssen in den Insie-Modus hier, schnell. Falsch, falsch, raus, wieder raus. Was hat Apo Red im Namen? Ach, Rot, oder was? Eher Red halt, ne? Apo Red und Red wäre doch das Naheliegendste, aber Apo Red sagt Rot. Hier hinten ist Red, hier hinten ist Rot. Ja, richtig. Apo. Ach so, Red. Richtig. Soll das Rot sein? Richtig. Red, Red, oder? Richtig. Ja. Red. Ticke. Oh mein Gott. Da reingehen. Richtig. Na gut, ich meine, bisher waren es auch richtig dumme Sachen, ne? Letzte Schilder. Letzte Level, geht durch die Tür. Nein, 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 geht nicht. Zehnt nicht, du musst wieder rein. Wie, äh? Komm wieder rein, komm wieder rein, komm wieder rein. Ich bin schlauer als du. Nein. Falsch. Nein. Ich muss kurz weg, aber bitte geh nicht durch die Tür. Nein, nein, nein. Deine Zeit läuft, du Idiot. Hallo? Der Typ ist dumm wie scheiße. Der denkt, ich mache jetzt, geh nicht durch die Tür. Es hat nichts damit zu tun, wichs, Digga. Oh mein Gott, Digga. Er war so gut in der Zeit. Bist du nicht? Äh, doch. Ich bin schlauer als du. Dann geh durch die Tür. Nein, ich bin schlauer als du. Okay. Ah, nein, du darfst nicht durchgehen. Ja, bist du. Gut, wenn du das meinst. Okay. Ja, bist du. Okay. 4 Minuten 12. Ja, stimmt, finde ich. Was wäre so? Ja, okay, komm raus. 2 Minuten 20. Ja? Geh durch. Ja, da hast du recht. Hals, Maul. Hä? Digga, du warst das einer der Schnellsten. Let's go. Weil ich habe der klügerige Dach, war jetzt durch. Ah, nein, nein, nein. Du baust jetzt nicht in den IQ-Parcours, der Klüge gibt nach ein. Doch. Ich kenne dich einfach so gut, Bro. Digga, warum weißt du das? Bro, weil ich kann genau weiß, wie du denkst, Bro. Ja, du bist klüger als ich. Fertig. Und das war's jetzt? Ich bin komplett verwirrt, Stegehilfe. Ich bin schlauer. Okay. Oh mein Gott. Und wie ist die Zeit? 3 Minuten 58. 3 Minuten 58? Krass. Ich war schneller als Trilax. Nee, warst du nicht? Na, Hals, Maul. Ich habe halt die ganze Zeit irgendwelche Pfeilen oder so erwartet. Also so, so. Nein. Auch so Denkpfeilen, weißt du, so. Ach, so wie beim letzten ApoRed, als ob's das ist. Oder als ob ich da jetzt einfach nur irgendwas draufwerfen muss. Und so, weißt du, das war einfach zu einfach. Das war witzig. Digga, du warst eine Sekunde langsamer als Stege. Ja, so Sachen wie, ich glaube, mittlerweile sind es auch mehr als 80 Millionen und sowas. Und bei Brasilien habe ich halt geraten. Ja, das war Pipapo. Das war Pipapo. Ja, aber freut mich. Alles klar. Ist clever. Ist cool. Ich habe gesehen, du hast eine Hauptstadtfrage reingemacht. Das ist voll cool. Wah-Bah-Bah. Huge Content. Dankeschön. Junge!